Laura Maria Ripper, für Sarah Engels? Jetzt packt sie über Pietros Song aus.Laura Maria Ripper spricht Klartext über Pietro Lombardis neuen Song Jeden Nacht, nachdem spekuliert wurde, ob dieser von Sarah Engels handelt. Handelt Pietro Lombardis Songs Jeden Nacht von Sarah Engels? Die Beziehung von Pietro Lombardi, 31, Laura Maria Ripper, 28, und Sarah Engels, 31, sorgt bei deren Fans immer wieder für Stirnrunzen. . Pietro und Sarah haben einen gemeinsamen Sohn, mittlerweile sind aber Pietro und Laura liiert und haben ebenfalls einen Sohn, soweit, so einfach. Batchwork eben. Doch immer mal wieder scheint es Drama zu geben in dieser Konstellation. So zuletzt vor wenigen Tagen, als Laura plötzlich sowohl ihrem Verlobten als auch dessen Ex auf Instagram entfolgt ist. Kurz darauf hatte sie erklärt, niemanden folgen zu müssen, der Unheil stiftet, was viele als klaren Seitenheb gegen Sarah Engels verstanden haben. Der Grund schien den Fans kurz darauf offensichtlich, als Pietro seinen neuen Song veröffentlicht hat, der bei dem Pat zum Eklag geführt haben soll. Fans glaubten nämlich, dass der Song Jeden Nacht von Sarah handelt. Darin heißt es Alles, was wir beide einmal waren, sind wir nicht mehr wegen dir. Und immer, wenn ich deinen Namen auf dem iPhone lese, fehlst du mir. Doch geht es in dem Lied tatsächlich um die Ex des DSDS-Stars? Jetzt hat Laura Klartext gesprochen. Punkt Laura Maria Ripper, von dieser Person handelt Pietros Song Jeden Nacht. In einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan von Laura wissen, wer denn ein Song Jeden Nacht gemeint sei. Nachdem die Influencerin vor kurzem klargestellt hatte, dass das Lied nicht zu Streit in der Beziehung geführt hat, erklärte sie nun auch, um wen es dabei geht. Christine, Kat Athena, Julia, Stefanie etc. Es gibt so viele Songs, die von Künstlern aufgenommen werden und oftmals steht da auch eine ganze Crew dahinter, die den Song schreibt und produziert. Heißt am Ende, dass man nicht in alles etwas hineininterpretieren muss. Heißt also scheinbar auch, an den Gerüchten, dass der Song von Sarah handelt, scheint nichts dran zu sein. Genauso wenig wie an den Gerüchten über eine Beziehungskrise. Pietro Lombardi wünscht sich noch eine Tochter. Es wäre eine kurze Liebesgeschichte gewesen, 2022 verlobten sich Laura Maria Ripper und Pietro Lombardi und Sohnemann Leano, der dieses Jahr das Licht der Welt erblickt hat und das Liebesglück grönte. Punkt eigentlich träumte der Musiker von einem weiteren Kind mit seiner Verlobten. Und bald kommt dann vielleicht eine kleine Prinzessin, schrieb er erst vor kurzem unter ein Posting. Wie schade, wenn es dazu nicht mehr kommen sollte. Pietro Lombardi wollte sich auf Nachfrage von Gala bei seinem Management, noch, nicht zu den Spekulationen rund um seinen Beziehungsstatus äußern. Bisher blieb es auch auf seinem Instagram-Account still. Laura Maria Ripper, ich muss niemanden folgen, der Unruhe stiftet. Am Mittwochmorgen, 6. Dezember 2023, meldet sich Laura Maria erneut zu Wort, eine Sache möchte ich vorab klarstellen, bevor wieder spekuliert wird. Wem ich entfolge ist allein meine Entscheidung, ich werde dieses Thema auch nicht groß machen, allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemanden folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es vorerst auch nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte, etwas zu sagen. Punkt zum Schutz meines Sohnes möchte ich das alles nicht an die große Glocke hängen. Bitte respektiert es. Danke. Alles nicht an die große Glocke hängen zu wollen, ist nach diesem Posting eindeutig zu spät, dann hätte sich die Influencerin wohl lieber ganz in Schweigen gehüllt. Nun haben die Follower, innen natürlich viele Fragezeichen in den Augen. Gab es einen Streit zwischen Laura und Pietro? Wieso ist die Influencerin so enttäuscht und muss sich sammeln? Unter einem Posting wird Pietro Lombardi von einer Followerin ganz direkt gefragt, seid ihr getrennt? Eine durchaus berechtigte Frage, die sich wohl die meisten Fans gerade stellen. Punkt während Pietro schweigt, kommt umso mehr von seiner Partnerin. Denn zusätzlich zu den Instagram-Stories hat die Influencerin noch ein neues Posting hochgeladen. Zu einem Clip von sich schreibt sie. You never know how strong you are, until being strong is your only choice. Auf Deutsch heißt das, du weißt nie, wie stark du bist, wie stark sein deine einzige Wahl ist. Muss Laura Maria jetzt gerade wohl sehr stark sein?